Jeder kennt diesen Moment. Juhu, endlich Diamanten gefunden. Aber wie komme ich denn jetzt da rüber? Geh einfach aus der Mine wieder raus. Mach einen 360-Grad-Sprung ins End. Gucke jedem Enderman in die Augen. Baue eine riesige Rakete ins End. Oh, die ist schon ziemlich cool. Besorge dir das Ender-Drachenei. Ah, okay, ich hab's. Geh schnell wieder zurück in die Mine. Und jetzt bau dich vorsichtig rüber. Okay, okay, wir haben's geschafft, Leute. Let's go!